Hugo Wolf an Oskar Grohe Wien, 24. März 1897 Bester Freund Deine Glückwünsche zum Geburtstag, wofür ich Dir herzlichst danke, haben sich über Erwarten rasch erfüllt. Vor kurzem entstanden einige Gesangsstücke nach Gedichten von Michelangelo, zu denen mir ein paar wahrhaft sublime Einfälle verhalfen. Leider bin ich in den letzten Tagen durch meine lärmende Hofnachbarschaft in meiner Tätigkeit etwas aufgehalten worden, doch hoffe ich, den Faden bei nächster Gelegenheit wieder aufnehmen zu können, denn ich habe jetzt, um mit Gottfried Keller zu reden, Werk auf meiner Kunkel. Um Dir einen Begriff davon zu geben, was für ein verfluchter Kerl der Michelangelo als Poet auch war, teile ich Dir das zuerst von mir komponierte Lied mit. Dasselbige ist an einen Freund gerichtet und lautet in der Übersetzung wie folgt. Wohl denke ich oft an mein vergangenes Leben, wie es vor meiner Liebe für Dich war. Kein Mensch hat damals Acht auf mich gegeben, ein jeder Tag verloren für mich war. Ich dachte wohl, ganz dem Gesang zu leben und mich zu flüchten aus der Menschen-Schar. Genannt in Lob und Tadel bin ich heute und, dass ich da bin, wissen alle Leute. Du wirst eine helle Freude daran haben. Bedeutender aber scheint mir noch das zweite Gedicht zu sein, das ich für das Beste halte, was ich bis dato gestümpert habe. Alles endet, was entsteht. Alles endet, was vergeht. Wenn Du vor Ergriffenheit dabei nicht Deinen Verstand verlierst, so hast Du nie einen besessen. Es ist wahrlich, um dabei verrückt zu werden, dabei von einer verblüffenden, wahrhaft antiken Einfachheit. Na, Du wirst Augen machen. Ich fürchte mich förmlich vor dieser Komposition, weil mir dabei um meinen Verstand bange wird. So gemeinschädliche und lebensgefährliche Dinge produziere ich jetzt. Solche Wirkungen hat nicht einmal Richard Strauss mit seinem Zarathustra, der kürzlich hier verzapft wurde, hervorzubringen, vermocht. Er hat mit seinem wahnsinnigen Gebaren nur einen Heiterkeitserfolg erzielt, heißt das bei den Kennern, denn der süße Pöbel hat ihm natürlich zugejubelt. Für das, was ja eine Hetz und wo es eine Hetz gibt, da sind unsere lieben Wiener immer zu haben. Frau Mayreda hat bereits vor einer Woche den ersten Akt des Manuel Venegas beendet und mir denselben zur Begutachtung eingesendet. Dieser erste Akt ist überall maßen herrlich gelungen und zwar in jedweder Hinsicht, Exposition, Aufbau, Sprache, bis auf einige Trivialitäten, die ausgemerzt wurden, alles entzückend und wirklich sublim. Schon ist auch der zweite Akt über die Hälfte gediehen. In Kürze werde ich Dir das fertige Buch zusenden können. Anbei von einem Dr. Grunski, ein Aufsatz über meine Wenigkeit, der endlich einmal vernünftig geschrieben ist. Ich bin hoch erfreut darüber, zeige auch Heckel die Besprechung. Was Du mir über das leibliche Aussehen des Bankdirektors Hildebrand mitteilst, berührt mich aufs Schmerzlichste. Hoffentlich ist es nur eine vorübergehende Erschöpfung von allzu großer Anstrengung und hat weiter nichts zu bedeuten. Grüße ihn und die ganze Familie aufs Herzlichste und er möge sich meinetalben nur ja nicht inkommodieren. Es wäre mir sehr lieb, wenn Du meinen lieben Gönner und Freund ab und zu über mein Leben und Treiben im Laufenden halten möchtest. Zeige auch ihm die Besprechung des Stuttgarter Kritikers. Er wird sich gewiss darüber freuen, da er so herzlichen und verständnisvollen Anteil an meinen Sachen nimmt. Ich erwarte tagtäglich das Erscheinen der vier Gesänge. Lass Dir von Heckel ein Freiexemplar ausfolgen. Und nun leb wohl in alter Herzlichkeit, Dein Hugo Wolf Viele Grüße an Mama und Helmut. Was macht der Junge?